Guten Abend, liebes Rubrikum. Ich bin die Mowgli und das ist meine Muschi. Wir sind Schillinge und acht Jahre alt. Aber wir werden bald neun Jahre alt sein. Das ist immer so. Und wir beide sind auf der Suche nach sexuellen Exzessen. Und wir werden bald neun Jahre alt sein. Die Polizei sucht ihn. Aber man findet ihn nicht. Sie sagen auch, dass man mich sucht. Und wir werden bald neun Jahre alt sein. Und wir werden bald neun Jahre alt. Und wir werden bald neun Jahre alt.